Wir befinden uns im Jahr 2213 und die Welt ist ein Gottverdammtes Dreckslück. Und noch knapp ein Drittel der Weltbevölkerung ist am Leben. Und dieser Smog hat quasi den Großteil des Planeten unbewohnbar gemacht. Keine Kommunikation über Handy, über Telefon oder über das Internet. Und wir sind die, die diesen ganzen Mist ausbaden müssen. Wir sind die Postmen. Dieser Brief ist von äußerster Mächtigkeit. Du musst ihn ausfragen. Schütze ihn mit deinem Leben. Und was willst du daran ändern? Wir haben uns das selber eingebautet. Wir sind Postmen. Das ist unser Job. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.